Go! I'll get my gun! Komm! Nimm ihn! Nimm ihn! Ach, du Heiliger! Trecker, 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 Trecker! Natürlich! Komm! Nein! Ach, du Heiliger! Du Scheiße! Und Clementine musste alles mit ansehen. Und Doug auch. Geh raus! Geh raus! Entschuldigung! 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 Set gehen! Und nun? Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Nun, das ist so weit wie wir gehen. Und es ist weit genug. Schau! Ach, du heilige. Die sehen nicht grad freundlich aus und jetzt nix wie weg. Boah. Alter Schwede. Wer ist das? Komm, 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 weg hier. Weg hier. Alter Schwede, Dug zum zweiten Mal. Wir haben Kinder. Wir haben Kinder mit uns. Ich sehe eine kleine Mädchen. Was ist das? Ich muss mich schlafen. Ich gehe da wieder zurück in eine Minute. Ich glaube, du sollst. In einem Moment, Clem. Sie haben Kinder, Lilly. Das sind die Dinge, die draußen nicht interessieren. Vielleicht solltest du ihn dann gehen. Sie haben etwas in der Nähe. Gott sei Dank, Lilly. Sie müssen diese Leute kontrollieren. Carly und Glenn sind da einfach weg. Ich bin nicht gebissen. Ich bin nicht gebissen. Wir sind in einer Kriegszene. Sie ist der Liede hier. Aber es sieht aus, wie sie die Kontrolle von ihren Leuten verlieren. Er wurde nicht gebissen. Doug ist okay. Zumindest einigermaßen. Er wurde nicht gebissen. Er wurde nicht gebissen. Er wurde nicht gebissen. Wir müssen das jetzt enden. Über mein totes Körper. Wir werden ein bisschen gebissen. Nein, ich habe ihn verletzt. Es ist nicht gebissen. Er ist okay. Don't you fucking people get it? Wir haben schon gesehen das passieren. Wir lassen jemanden mit einem gebissen bleiben, und wir alle enden gebissen. Shut up. Wir müssen ihn rausziehen. Oder spüren ihn. Kenny, stop ihn. Was machen wir über diesen Mann? Dad, es ist nur ein Kind. Lillie, ich werde das machen. Aber dein Herz, Dad. Du musst dich calmest. Wir werden diesen Mann rausziehen. Es ist ihn oder dein Kind. Ich sage es ihm. Verdammt richtig. Er ist auf seine Scheisse mit diesen Sachen. Jeder, chill die fucken. Niemand macht nichts. Shut up, Lillie. Und du, shut the fuck up. Sie werden uns gefunden. Sie werden uns in hier finden. Und nichts von das will fucking matter. Aber jetzt werden wir uns in hier verletzten. in hier mit einer solchen Sachen. Was die hell are you talking about? Er ist bitten. Das ist wie du turnst. Er ist nicht bitten. Please stop das. Es ist ihn verletzten. Oh, ich ihn verletzten. Er ist ihn verletzten. Er ist ihn verletzten. Dad, wir verstehen es. Es ist ein großes Problem. Was wenn es das war, deine Frau? Never would have happened. Sie ist nicht ein snot-nose-toddler, okay? Sie ist die United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, Cat. Just worry about Duck. Lee! Yeah? There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bike. Watch! She won't. And if she does... The first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl. She'll turn fast. And then, there'll be three. It's a little boy. I think we can handle him. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It's not gonna happen. It is. And we're tossing him out now! Give him one, Kenny. Nein. No! You don't touch that boy. You don't touch anybody. I've got a little girl, I'm trying to protect in here too. You want to get violent, your old fuck? Well, come on! You better have a plan to kill me though, because it's me before anyone else in here! Ich hab so geahnt. Ich hab so kaum hinsehen. Jesus! Clementine! Come, 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 Lee. Nein. 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 Umgucken. Auf zu Clementine. Komm! Komm! Und, 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 und! Weg mit dir! Du Hund! Weg mit dir! Glück gehabt! Und wer hat geschossen? Glück gehabt! Und wer hat geschossen? Du bist okay? Du bist okay? Just great, thanks. Uh, guys? Everybody down! Stay quiet! They're gonna get in! Shut up! Stop! Is that the military? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch in a richie trigger finger. That was stupid! That was... Ah! Dad! Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Es ist sein Herz. Meine Pille. Nitroglycerin-Pille? Ja, wir sind raus. Wir haben versucht, uns in die Pharmazie zu kommen, seit wir hierher gekommen sind. Bitte versuchen, da rein zu kommen. Nach dem Kounter, wo die Pille sind. Ach du Heilige, wir schaffen das irgendwie. Wir werden da irgendwie. Thank you so much. Wir brauchen Nitroglycerin-Pille. Bitte, in da. Ich werde mich auf mein Vater. Jeder andere sollte sich komforten und suchen was für etwas Wunschung. Wir könnten hier ein paar Mal sein. Ich beginne zu denken, dass diese Drugstore nicht eine Permanente Lösung ist. Du bist richtig. Es ist nicht genau Fort Knox. Was sollst du? Wir brauchen so viel Gas wie möglich, damit wir alle aus dem Makan. Fast. Agreed. Dann gehe ich aus und holen Gas. Es ist ein Motel, nicht zu weit von hier, nach dem Ende des Peachtree. Ich arbeite meinen Weg nach dem Weg und dann loopbe ich zurück, schiepfen was ich kann. Du bist irre. Kennst du die Stadt gut? Du kennst deinen Weg um? Lokal? Wenn du das machst, hier ist ein Walkie-Talkie, wenn du in der Tightspot bist. Hopefully, du wirst nicht mehr brauchen. Cool. Clementine hat die andere. Check in mit ihr und zurück hier schnell. Und du? Was ist deine Name? Es ist Lilly. Mein Vater ist Larry. Keep ein guter Blick auf ihn. Diese Leute arbeiten auf dich auf den Weg zu dir. Das ist richtig. Und du? Du musst auf die Front Door. Du bist unser Lookout. Es ist Doug. Du hast es. Und ich bin Carly. Okay, Carly. Und Lilly ist gleich mal angepisst, weil Kenny so ein bisschen, ja, ihr den Rang abläuft, wenn man so will. Und gleich als Boss betitelt wurde und gleich mal rumkommandiert. Aber war trotzdem ganz gut. Und ihr seht, was da in so einer brenzligen Situation letztendlich passiert. Alle rutschen zusammen. Und es bildet sich eine Gemeinschaft. Untersuchen wir mal den Geldautomaten. Es ist nicht verletzt. Ich bin froh, dass dieses Ort nicht verletzt wurde. Aber ein Geldautomat bringt uns jetzt nicht so weiter. Ich habe so geahnt, dass da ein Zombie rauskommt. Wäre mal interessant gewesen, was passiert wäre, wenn wir mit Clementine sofort auf die Toilette gegangen wären. Ob dann irgendwas anderes passiert wäre. Wahrscheinlich schon. Aber was wäre spannend oder wäre interessant zu wissen. Energieriegel nehmen. Auf jeden Fall. Nehmen wir alles mit, was wir hier so finden. Dental Needs. Was haben wir hier hinten noch alles? Pick Up. Da ist die Apotheke. Da müssen wir eigentlich hin. Die Püren sind da drin. Jawohl. Da müssen wir hin. Nur wie? Jetzt haben wir hier noch was. Energieriegel. Nehmen wir auch noch mit. Können wir alles gebrauchen. Was liegt hier noch rum? Das Büro. Noch ein Energieriegel. Nehmen wir alles mit. Alter, das ist richtig krass, ne? Also, das Spiel reißt einen wirklich von einer Situation in die andere. Erst auf der Farm. Alles ruhig. Wir wollen Herschel helfen. Und auf einmal schreit wieder jemand. Und so, äh, schwupps. Schwupps hört sich blöd an in dem Zusammenhang. Aber schwupps war Sean tot, ne? Also, ihr seht, wie schnell das gehen kann. Richtig krass. Wir können nichts passieren, Ducky. Ich weiß, Herr. Es wird nichts passieren. Hey, Lee. Du hast wirklich diesen alten Mann Held gegeben. Ja. Wir haben gebeten, du weißt. Du musst mir nicht sagen, ich war bereit, den Manns Kopf auszuprobieren. Anyway, wir, Kat und ich, empfehlen Sie Ihren Unterstützung. Danke, Lee. Kein Problem. Alles in Ordnung mit euch? Sind Sie alle gut? Wir sind einfach gut, als ich mich verstanden habe. Wie geht es dir, Doc? Wir haben alle viel durchgegangen. Wie lautet der Plan? Was ist der Plan? Häng dich, ich glaube. Es ist ziemlich gefährlich da draußen, also wir sollten uns warten, um Dinge zu öffnen. Du sagst, deine Familie ist von hier in Macon? Das ist richtig. Wo sind sie? Können wir sie suchen? Es war ihr Laden. Ach du Heiliger, das auch noch, ne? Es war ihr Laden. Sie haben dieses Ort. Sie sind weg. Oh, Schöne. Kat! Sie waren gute Leute. Ich war nicht viel mit dabei, aber ja, sie sind tot. Da kommen Kindheitserinnerungen hoch. Der Laden seiner Eltern. Wie geht es, Doc? Wie geht es, Doc? Er ist okay. Es war nur ein Schock. Wir sind glücklich als Hölle, niemand wurde auf der Weg in hier. Keine Schöne. Wie geht es? Ne, ich würde sagen, tot ist die Familie nicht. Das wissen wir nicht. Es geht ihr gut, glaube ich. Sie ist gut, ich denke. Sie ist ein schwerer. Sie ist nur ein kleines Mädchen, Ken. Was sagst du, Lee? Sie hat Tage über seine eigene Zeit überleben? Das ist richtig. Nicht nur eine kleine Mädchen kann das tun. Lee, hast du einen Moment? Klar. Wieder auf Herschels Farn. Ja. Wir haben nicht sogar versucht, ihn zu retten. Das Blut ist in unseren Händen, weißt du? Es ging alles sehr schnell. Nein. In der Situation will ich ihn jetzt nicht aufmuntern. Oder nicht versuchen, ihn aufzumuntern. Der arme Doc. Wie krass muss das sein für so ein kleines Kind? Aber wir haben doch wirklich alles getan, oder? Um Sean zu retten. Da hat Lee schon recht. Also wir sind sofort hin. Wir haben jetzt nicht irgendwie gezögert. Aber wir konnten irgendwie nicht im ersten Versuch, Doc auch vom Trecker runterzuholen. Ach so, Nischmann. Genau. Sean haben wir natürlich nicht versucht zu retten, ne? Weil wir uns ja für Doc entschieden haben. Aber gut. Was du machst, ist verkehrt in dem Fall. Aber hätten wir Doc gleich retten können, hätten wir ihn gleich beim ersten Mal packen können, hätten wir vielleicht mehr Zeit und mehr Chancen für Sean gehabt. Aber es ging wirklich alles so schnell. Okay, wir gucken uns nochmal um.